op xd 24 erde so was mache ich jetzt damit op xd hd 24 erde herzlich willkommen zu diesem neuen video auf meinem kanal ich bin bei einem user und dieser user ist ein dealer aber jetzt kein dealer von irgendwelchen illegalen sachen sondern ein dirt dealer also wirklich er dealt mit erde in minecraft hier sind auch schilder wie dort heute im angebot günstig viva la dirt besondere kranke geile 24 op erde was die 24 auch so bedeuten hat keine ahnung für guten preis bei mir und hier steht nochmal viva la dirt also dieser user ist wahrscheinlich irgendwie heiß auf erde keine ahnung er doch erde gerade in der hand was weiß ich was er damit vorhat mit so viel erde aber ich würde sagen wir schreiben jetzt einfach mal darauf an msg jo ich habe gelesen du magst erde ja erde so cool finde ich auch was ist dein okay dein plan mit erde muss ja irgendeinen grund haben und wertvoll okay erde ist nicht besonders wertvoll das findest du so gut wie überall deswegen wunderbar ich das so ein bisschen ähm weshalb er das so aufspielt als wäre erde irgendwie der neue biegen oder so ich will das in die wirtschaft bringen das ist so wertvoll aber erde ist doch in der wirtschaft aber halt nicht so viel wert weil man das überall findet so also ich bin echt gespannt was er darauf schreibt es gibt verschiedene erde äh was meinst du mit okay so meinst du mit ich habe ich schon wieder verschrieben lol ok läuft was meinst du mit verschieden der erde ok dieser user ist also echte feste überzeugung yo erde ist ist der neue biegen und was weiß ich also ganz komisch auf jeden fall ich gebe es dir mal aber gib zurück ist sehr wertvoll ok seltsame erde krank geile erde interessante erde op xd hd24 erde ok besondere erde ok und was bringt mir das jetzt gibt ok teuer ok ob das so teuer ist ich weiß ja nicht er ist halt einfach umbenannt ähm naja und das will er also in die wirtschaft bringen oder wie soll ich das jetzt sehen hat er hier oben noch irgendwas wir können ja einfach mal nachschauen ähm nein nur tun ok und hier eine theke aus tun habe ich auch noch nicht gesehen fast so wertvoll wie biegen ist äh sicher ich denke biegen sind viel teurer als ich wollte gerade irdisch schreiben obwohl es erde heißt oh mein gott ok ähm das hat jetzt keiner von euch gesehen würde danke ja die op xd24 erde ist 250k wert das bezweifle ich tatsächlich aber naja und da bist du dir so sicher ich frage mich jetzt aber was er meint für guten preis bei mir ja hat mir admin gesagt ok welcher admin weil ich habe definitiv nicht gesagt ja habt ihr schon mal in minecraft erlebt dass es ein dirt dealer gibt nur zenox ok also er behauptet dass ich gesagt hätte erde wäre so viel wert was halt komplett nicht stimmt ah ok interessant und was meinst du mit für guten preis bei mir willst du kaufen achso ja wie teuer seltsame erde 10k besondere erde 20k was ich noch mal sagen kann ist ich hatte ja wirklich schon komische leute wie leute die dachten dass wasser lapis wäre und so weiter und so fort aber das dass es einen dirt dealer gibt einen jungen der auf durchrasten erde verkauft ähm oder also junge oder mädchen keine ahnung aber ich denke mal das ist ein junge das ist doch so weird also wirklich interessante erde 100k krank geile erde 50k war da ok ähm kommt da noch irgendwas oder war es das jetzt schreibt mal eure mann dazu unbedingt in die kommentare wird mich mal interessieren op xd 24 erde 250k zu krass und was kann ich genau damit also wenn ich jetzt einfach den erdblock habe und damit nichts machen kann dann ist das schon echt scam muss man sagen weil also ne muss man nicht verstehen also ich werde echt nicht wissen wie viele user er damit schon gescannt hat sage ich mal ich weiß ja nicht was man noch bekommt das sind wie biegens halt schön und teuer ok erde ist nicht besonders schön ist halt einfach erde ne was man dazu großartig sagen soll ok ich würde sagen ich gebe mal kurz geld und dann sehen wir uns sofort wieder und viele kaufen das ok ich habe in der zwischenzeit auch mal geld gegeben was auch immer die jetzt gerade in den chats beim wtf ok ich habe jetzt 999.000 und damit können uns echt eine menge leisten denke ich mal ok dann für 250k ich pay ihn das jetzt einfach das wird echt also wirklich ich werde es bereuen dass ich ihm das gebe oh mann 200 oh das ist das oh mein gott ok dann für 250k ja das für 250k natürlich das für 250k wtf meine wie viel dirt ja einen ja ne also ja ja ok belassen das einfach mal so stehen ich pay das mal ok nur einen ja ok jetzt hat er 250.000 von mir bekommen für einen erdblock also sowas wieso mache ich sowas also wirklich alter op xd 24 erde so was mache ich jetzt damit op xd hd 24 erde ich frage jetzt mal ist op xd heißt es überhaupt op xd oder op hd weil das muss ich kurz nachgucken ob er xd 4 ok xd hd 24 erde was wert so jetzt fragen einfach mal nach und ich bezweifle dass sowas das wert ist weil sowas ihr kann nichts wert sein also wirklich so jetzt habe ich bis jetzt noch keine antwort bekommen ok danke danke dafür noch mehr nein danke und das ist wirklich was wert ja wie die beacons er erzählt uns so ein müll aber naja ok jetzt haben wir auf jeden fall sogar mehr ach komm das ist doch bullshit was er da redet ok jetzt haben wir auf jeden fall op xd hd 24 erde mit dem wir nichts anfangen können ich schreibe jetzt extra mal ich schreibe jetzt mal so ich tue da jetzt ein unzeichen vormachen weil eigentlich kann ein normaler spieler das nicht aber vielleicht ja jetzt haben wir es vielleicht enttarnt aber trotzdem will ich das wissen ob das was wert ist und irgendeiner hat sich es genickt das ist auf jeden fall ziemlich interessant wie kannst du farbik schreiben hat er mir geschrieben magie ok irgendwie bekommen wir da keine antwort zu ich weiß auch nicht ja ich glaube die user mögen uns nicht oder so ich weiß auch nicht also ne ich weiß nicht was ich dazu sagen soll jetzt habe ich ein dirt mit dem ich nichts anfangen kann und das ist einfach da und ich kann damit nichts machen wieso scammst du mich ich frage jetzt einfach mal ganz dreist viel spaß mit deinem reichtum ist kein scamming klar das ding ist keine 250k wert soll ich eine truhe zu xd hd 24 pro xd unterstrich nennen und sagen das ist 500 Mio wert gibt es Talibau warte mal muss man kurz was gucken 500 ja ok wird ja ok ja ja das wird das wird schon das wird schon irgendwie klappen kannst du eh nicht kann nur ich oder Cenox ja das ist halt gelogen äh gelogen gerade dass du meintest joa ich habe die Absegnung dafür von Cenox um das ganze zu verkaufen Viva la dirt Viva la dirt weißt du wieso ich das weiß dieser typ wie kommt man auf solche ideen also wirklich man so einen hatte ich echt noch nicht weil ich vielleicht Cenox bin mal nachgedacht ja ja wie kann ein spieler sonst farbig schreiben jetzt hat er geschrieben hashtag Viva la diva hashtag Viva la diva hacker oh mein gott er bezeichnet uns sogar als Hacker Viva la dirt also dieser typ der ist komplett neben der Spur wir haben jetzt sogar gesagt du bist Hacker wir haben gesagt wir sind Cenox also ich bin Cenox und er sagt wir sind Hacker gehe melden okay gehe melden ich melde dich für ja diese Scamming okay ich würde sagen P-Flag set explosion true einfach mal sicherheitshalber schon mal hinzufügen und ich gehe mal kurz was besprechen ich bin sofort wieder da also ich bin jetzt auch wieder da und ähm ich habe mit ein paar teamlein geredet und dieser user also ihr glaubt es echt nicht dieser user wurde schon so oft reportet und hat so viele leute gescamt das ist echt krank also wirklich das ist so heftig also bestimmt zehn elf leute die es gescamt hat vielleicht nicht unbedingt 250k aber der hat mindestens schon 5 mio plus gemacht kann man so viel sagen also die haben so viel gekauft bei dem oh mein gott also diese user die tun mir wirklich leid also wirklich jetzt einfach aus dem grund echo set 0 da hast du schon mal der konto stand auf 0 und was ist eigentlich hier genau warte mal seltsame erde besondere erde interessante erde krank geile erde op xd hd 24 erde der kann mir nicht erzählen dass einer so viel wert ist alter dieser typ ich 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 kann dazu echt nichts sagen also ich würde sagen tnt regelt jetzt das ganze und feuerzeug natürlich und jetzt tun wir den schuppen hier mal also sowas geht echt gar nicht so zack hallo so und bumm und jetzt müsste doch teo okay das dort ist sogar weg perfekt weil sowas also hör auf nein ich höre damit jetzt nicht auf weil sowas ist echt das allerletzte und wie auch immer man auf solche ideen kommt das ist ja schon voll krank so ich jetzt ist dein haus zumindest weg jetzt machen wir das schild noch weg und schreiben hier hin achtung scam gefahr so und tun das jetzt nochmal ja das kannst du nicht abbauen so zack okay das war natürlich fehl so zack bam 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 jetzt hast du hier schilder mit achtung scam gefahr so zur info ich werde ihn jetzt gleich mit meinem hauptaccount bannen weil hiermit habe ich gerade keine bannrechte aber er hat mich nochmal angeschrieben mit mein reichtum wie war der dirt alter also ich werde ihn gleich definitiv noch bannen nur damit ihr bescheid wisst wie gesagt kette eure Meinung dazu in die kommentare und dann sehen wir uns dann in einem neuen video morgen wieder oder auf durchrasten bis dahin haut rein Ta-jer купet sich im segnen und